Hi Leute, herzlich willkommen zum nächsten Part in diesem Let's Play und ja, was soll ich sagen, es ist der erste Part nach meinem Trainerdasein in Bremen. Es ist so, ihr habt es eben im letzten Part mitbekommen, dass ich immer wieder versucht habe den Vertrag zu verlängern. Ich habe dann den letzten Monat eigentlich damit verbracht, irgendwie alle drei Tage reinzuschauen, ob der Vorstand wieder mit sich sprechen lässt. Das hat dann schlussendlich auch geklappt, ich bin ins Gespräch gekommen, aber sie haben mir einfach mitgeteilt, dass sie nicht zufrieden sind und dass ich deswegen halt keinen neuen Vertrag bekomme. Ich finde es schade, weil vor allem von den Vereinszielen her waren sie jetzt dann gar nicht so unzufrieden, da hatten wir glaube ich eine 3 oder 3 minus, also das war echt okay. Und ich finde es halt generell schade, weil das Ziel als Aufsteiger, dabei im Mittelfeld schon ein bisschen brutal ist, also meiner Meinung nach sollte als Aufsteiger mal das Ziel sein, sich in der Liga zu halten und danach kann man weiterschauen. Und dementsprechend, eigentlich bin ich mit unserem sportlichen Erfolg halbwegs zufrieden, weil es einfach eine schwierige Liga ist und wir es geschafft haben, da oben zu bleiben. Ja, der Vorstand hat es anders gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay passt, dann lasse ich es halt einfach laufen und dann wird der Vertrag auslaufen mit 30.06. und dann suchen wir uns mit 1.07. einen neuen Job. Und das war dann so, dass ich am 1.07. reingestiegen bin und da ist mein Vertrag umgestellt worden auf dieses monatlich kündbare Modell. Und das ist ja etwas, was man von den Mitarbeitern vielleicht auch kennt, wenn man einen Mitarbeiter nicht kündigt und nicht freigibt, dann wird der Vertrag so auf eine, ja, wie sagt man dazu, ohne eine bestimmte Laufzeit halt quasi festgelegt. Und das hatte ich dann plötzlich auch. Und da muss ich sagen, das finde ich jetzt natürlich als Haupttrainer oder Cheftrainer oder Manager, wie auch immer man es nennen mag, ein bisschen unrealistisch, weil das gibt es so dann einfach nicht. Wenn ein Verein oder ein Trainer nicht glaubt, dann wird einfach der Vertrag nicht verlängert oder man wird halt rausgeworfen, aber nicht, dass man weiterarbeiten darf und diesen komischen Vertrag bekommt. Natürlich hätte ich jetzt dann versuchen können, sportlich so zu überzeugen, dass ich einen neuen Vertrag unterschreiben kann, aber ich fand es jetzt ehrlich gesagt einfach nicht realistisch. Und deswegen, ja, habe ich dann schweren Herzens versucht, meinen Rücktritt zu erklären, versucht deswegen, weil da ein Bug war. Also ich bin auf Kündigen gegangen und einen Tag weiter war ich plötzlich noch immer Trainer dort. Und das ging dann immer noch weiter so und dann habe ich es halt anders gemacht und habe den Spielstand geladen, ein paar Tage vor dem Vertragsablauf und habe dann quasi meinen Abschied per Saisonende bekannt gegeben. Das Problem ist, das Ganze wirkt jetzt so, als hätte ich gekündigt. Das finde ich eigentlich nicht so cool, das habe ich bei den Vorstellungsgesprächen dann auch gemerkt. Aber es ist halt ein Bug und den muss man dann so akzeptieren. Ja, und wie ging es dann weiter? Ich habe mich dann gleich mal bei zwei Jobs beworben, die interessant waren und zwar beim FC Basel und bei Zwente. Basel wurde ich nicht eingeladen, Zwente wurde ich eingeladen und bei Zwente ist es halt so, ich habe die noch so im Hinterkopf, ich weiß nicht, so vor fünf bis zehn Jahren ungefähr waren die ja noch relativ stark, waren auch mal niederländischer Meister. Ich glaube auch, dass die Champions League gespielt haben und da gab es dann extreme Probleme, was Transferrechte angeht. Und zwar gibt es da dieses Buch Football Leagues, das steht eh neben mir. Das hier ist es, glaube ich. Egal, ich komme da gerade nicht hin. Wo es auch darum geht eben, dass es eine Firma gibt, die eben sich an Transferrechten beteiligt hat, was ziemlich illegal war und ich glaube, dass Zwente das nur zugelassen hat, weil die extreme Geldprobleme hatten. Ich hoffe, ich vergeblich, also bitte nagel mich nicht fest, ich hoffe, ich gebe das jetzt nicht falsch wieder, aber Zwente wurde da so ein bisschen auch über den Tisch gezogen von so einer, von den Eigentümern und dieser Beraterfirma, kann man sagen. So habe ich es damals oder so habe ich es zumindest noch im Kopf. Und ja, da hätten wir dann das Traineramt übernehmen können. Und dann habe ich immer gedacht, naja, eigentlich ein Schritt weiter ist es nicht. Also es ist eher ein Rückschritt, dann in die Niederlande zu wechseln zu einem Klub, der, ich glaube, Medientipp Platz 6 war. Wenn man zu Ajax oder PSV geht, dann ist es vielleicht was anderes, aber hier eher ein Rückschritt. Dann habe ich immer gedacht, naja, ich schaue nochmal weiter. Dann habe ich irgendwie auch schon spekuliert, dass vielleicht so ein Angebot mal von Schalke kommt, weil die noch immer in der zweiten Liga sind. Hätte mich irgendwie sehr gereizt, weil ich mich ja nicht entscheiden konnte, ob ich Werder oder Schalke nehmen soll. Nachteil an der Geschichte wäre gewesen, es wäre wieder das gleiche gewesen. Wieder zweite Bundesliga, wieder versuchen nach oben zu arbeiten. Im Endeffekt eigentlich das gleiche Projekt nochmal. So, als hätten wir dann einfach die letzte Zeit ein bisschen verloren. Kam aber sowieso kein Angebot von Schalke. Ich bin dann, habe mich dann bei Bordeaux beworben, weil es ein Klub ist, den ich sehr mag. Die Stelle hätte ich auch bekommen, wie schon bei Twente. Habe sie dann aber auch abgelehnt, weil ich mir gedacht habe, naja, Frankreich hatten wir im letzten Jahr schon ein bisschen Abwechslung, wäre schon ganz schön. Normalerweise hätte ich es angenommen, aber so habe ich es abgelehnt. Ja, und dann kamen zwei Angebote aus England. Und zwar habe ich bei Leicester und bei Southampton Vorstellungsgespräche gehabt. Und beide Clubs wollten mich und das gleichzeitig. Also ich hatte wirklich die beiden Mails zu den Zusagen nebeneinander im Posteingang oder untereinander. Und dann habe ich mir gedacht, beide Clubs so in Abstiegsgefahr, Southampton, Leicester, ey, warte, dann sage ich Leicester, nicht unbedingt gut unterwegs. Irgendwie wäre der Sprung zu Leicester zu unrealistisch groß. Zu Southampton würde es aber irgendwie passen. Ich meine, dass sich Southampton in der Bundesliga nach einem Trainer umsieht, ist sehr glaubwürdig durch die Geschichte mit Hasenhüttl damals. Und dass sie einen Österreicher holen, auch nicht so an den Haaren herbeigezogen. Und dass sie jemanden holen, der Erfahrung mit Abstiegskampf hatte. Denn wir haben erfolgreich einen Abstiegskampf im letzten Jahr bestritten. Und dementsprechend habe ich mich für den FC Southampton interessiert entschieden. Und ich habe hier jetzt noch das Trikot von Southampton. Denn, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber ich hatte ja eine Fußballreise mit dem Floh. Und das Trikot wäre ich dann noch irgendwie, keine Ahnung, mir da hinten raufhängen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall hatte ich ja eine Fußballreise mit dem Floh, wo ich unter anderem Everton gesehen habe, Arsenal und Southampton. Und ich kenne die Stadt gut. Gut, unter Anführungszeichen, aber ich habe sie auf jeden Fall gesehen. Ich war im Stadion bei einem Match und kann sagen, dass der Klub und die Stadt sehr, sehr sympathisch sind. Denn die Stimmung fand ich auch richtig gut. Eigentlich besser als bei vielen englischen Topclubs, weil da halt noch echte Fans im Stadion sitzen und weniger Touristen. Ich meine, ich bin selber Tourist, aber die Stimmung war auf jeden Fall um einiges besser. Und das wird eine schwierige Herausforderung, weil die jetzt Letzter sind in der Premier League. Aber ich wollte sowieso mal wieder in die Premier League. Und dementsprechend habe ich mir diesen Wunsch jetzt erfüllt. Wir sind also neuer Trainer des FC Southampton. Steigen wir mal kurz ein. Die Folge hier wird jetzt also mal dazu da sein, um uns einen Überblick zu verschaffen, wie es eigentlich mit diesem Klub hier aussieht. Hier sehen wir die Tabelle. Nur drei Punkte, drei Unentschieden. Das heißt, der Abstand hier auf Leicester, die uns auch wollten, ist schon recht groß. Darüber haben wir Teams wie Ersten Willer und Everton. Also die Klasse zu halten, wird sehr schwierig. Es kann sein, dass wir auch da rausfliegen oder mit denen dann absteigen und wieder Job wechseln müssen. Aber es ist trotzdem ein Sprung nach vorne und es ist trotzdem ein realistischer Schritt. Und deswegen habe ich es genommen. Und ja, ich würde sagen, wir versuchen jetzt einfach mal zu analysieren, wie wir mit diesem Team spielen könnten. Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht und vielleicht können wir auch noch irgendwie analysieren, was eigentlich so falsch läuft. Wir haben jetzt den 27. November, das heißt, wir haben noch einige Spiele bis zur Winterpause. Wir haben jetzt die Kracher gegen Everton, Arsenal und Tottenham. Also drei richtig schwierige Spiele. Ja, aber wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir uns defensiv fangen. Wir haben in fünf Tagen das Match zu Hause gegen Everton. Und die sind hier oben. Das heißt, nicht ganz so weit entfernt. Und dementsprechend vielleicht eine ganz wichtige Partie für uns. Und wie gehen wir es an? Ich würde sagen, bevor wir die Mannschaft anschauen, schauen wir uns noch ein paar andere Sachen an. Wir schauen mal auf die Finanzen. Da sehen wir Kontostand 29 Millionen. Transferbudget 60. Das heißt, 60 Millionen ist natürlich im Vergleich zu Werder gigantisch. Aber wir dürfen nicht vergessen, einen englischen Mittelklasse-Spieler zu kaufen, kostet halt gleich mal 30 Millionen. Sondern dementsprechend könnt ihr das natürlich dann auch finden und vorne nicht ausreichen. 10 Millionen haben wir Gehaltsbudget. Jo, wie schaut es mit den Einrichtungen aus? Die sind sensationell. Also 8 von 8 Nachwuchsrekrutierung, Jugendtraining ist super. Bis auf die Trainingseinrichtungen ist alles sensationell ausgebaut. Das Stadion ist ein sehr cooles, 32.000er Stadion. Den Reisebericht findet ihr auf meiner Website. Und ja, das sind also die Trikots. Kapitän James Ward-Prowse, sensationeller Spieler. Schaut euch diese Werte an. Der ist natürlich irrsinnig wichtig für die Mannschaft. Und ja, jetzt ist die Frage, wie gehen wir die ganze Geschichte an? Also man sollte sich zuerst mal, das ist vielleicht jetzt generell für diejenigen interessant, die schon mal überlegt haben, eine Mannschaft zu übernehmen, die sie nicht kennen und nicht ganz sicher sind, wie sie diese Situation angehen sollen. Also ich persönlich würde jetzt mal auf Berichtansicht gehen und dann schauen, wer so die stärksten Spieler in dieser Mannschaft sind. Damit man schon mal weiß, okay, das sind die Stützen, die man auf jeden Fall in die Taktik einbauen muss. Links, hinten, wobei, nee. Okay, das ist für mich ein Innenverteidiger, Mohamed Salissou. Da sehen wir, dass der Defensive richtig stark ist, eine super Sprunghöhe hat, super Kraft, sehr schnell ist er. Also der ist auf jeden Fall ein richtig starker Innenverteidiger. Übrigens hat Saventen bisher, glaube ich, ein 4-4-2 gespielt. Also da müssen wir dann schauen. Ward-Prowse sehen wir hier eh. Der ist vor allem, was seine Standardsituationen angeht, sensationell. Er kann sogar rechts hinten spielen. Er ist jetzt aber nicht der Schnellste. Er hat eine super Ausdauer und Grundfitness. Aber wie gesagt, der Schnellste ist er nicht. Deswegen würde ich eher sagen, schauen wir, dass wir ihn im Zentrum haben. Und hier sehen wir, er ist seine mentalen Werte. Das ist so gigantisch. Das wird so ein klassischer für mich zurückgezogener Spielmacher, weil er halt einfach die Bälle super verteilen kann, tolle Übersicht hat. Und dann sehen wir Tino Livermento. Das ist einer aus der Chelsea-Jugend, der sich jetzt bei Saventen sensationell macht. Der hat schon leichte Bedenken. Der möchte zu einem größeren Verein wechseln. Schaut euch seinen Marktwert an. Der könnte richtig viel Geld in die Kassen spülen, damit wir dann in der Winterpause Geld haben, um die Mannschaft zu verstärken. Also vielleicht sollte man da über einen Verkauf dann nachdenken. Saventen hat 5 Millionen gezahlt. Also das wäre natürlich ein super Deal. Falls er bleibt, natürlich ein sehr offensiver, starker Rechtsverteidiger. Dann Jan Bettner-Rack, Innenverteidiger Nummer 2. Der hat auch eine super Ausdauer, super Grundfitness. Von der Schnelligkeit her ist es okay. Ist jetzt nicht ganz so schnell wie der andere. Aber ein richtig starker Verteidiger. Das heißt, die zwei wären schon mal die Stammverteidigung. Jetzt schauen wir, Jay Adams. Den habe ich jetzt erst am Wochenende gesehen, bis auf Händen. Ich glaube zumindest. Der hat ein unfassbares Tempo. Der ist nicht der größte. Und da habe ich mir dann schon mal gedacht, okay. Wenn wir jetzt mehrere Spieler haben, die möglichst schnell sind, dann sollten wir vielleicht eine Kontotaktik fahren. Das heißt, schauen, dass wir möglichst defensiv stehen, möglichst kompakt stehen und dann so schnell wie möglich umschalten. Oriol Romeo. Könnte man auch kennen. War bei Stuttgart, weil lange bei Chelsea. Wurde immer wieder verliehen. Kommt eigentlich aus der Jugend von Barca. Was mich an dem irrsinnig stört, ist das Tempo. Antritt und Schnelligkeit 7 ist einfach eine Katastrophe. Hat dafür auch nicht die große Sprunghöhe. Mental ist er sensationell. Technisch solide. Tackling-Wert ist natürlich super. Den könnte man schon vor die Abwehr stellen, aber eine sehr statische Rolle. Das heißt, dass er da halt wirklich bleibt. Absichert. Und ja. Das könnte man auf jeden Fall machen. Dann haben wir den rechts außen naiven Teller. Unfassbar schneller Spieler. Würde wieder zur Kontotaktik passen. Das heißt, vielleicht ein bisschen später attackieren, damit man die gegnerische Verteidigung ein bisschen rauslockt. Und dann vor allem auch mit Pässen in die Tiefe und sehr vertikal spielen. Ein altbekannter Seat Kolasinac links hinten. Sehr schneller Spieler. Sehr fit. Mental richtig gut. Technisch solide. Nicht der offensiv stärkste. Dann haben wir den Sandro. Das wäre dann vielleicht so ein Ersatzstürmer. Ist jetzt auch nicht der langsamste. Reizt mich persönlich nicht sonderlich. Das wäre auf jeden Fall einer, den man vielleicht verkaufen könnte. Weiß nicht, was ihr sagt, aber mich reizt er, wie gesagt, nicht besonders. Dann Stuart Armstrong. Bis zu drei Monate verletzt. 31-jähriger Schotte. Guter Spieler. Na ja, muss man schauen, wie der dann zurückkommt, wenn er noch fit genug ist dann. Dann Elionussi. Den könnte man auch kennen. Das ist einer, der technisch sensationell ist. Der körperlich jetzt nicht der schnellste ist. Das heißt, der würde ich diese nach innen ziehende Rolle schon am ehesten zutrauen. Dann haben wir Ersatzinnenverteidiger John Egan. Auch groß gewachsen. Nicht der schnellste. Dann haben wir den Everton. Das ist auch so ein nach innen ziehender. Das heißt, links außen können wir uns merken, werden wir nach innen ziehen spielen. Rechts mit Flügelspieler. Ich denke an einen 4-3-3. Dann haben wir hier die Situation Torhüter. Das ist unser Stammkeeper. Das heißt, wir haben die gleiche Situation wie bei Werder, dass die Torhüterposition einer der Schwachstellen ist. Dementsprechend werden wir, glaube ich, den René Svete einfach auch zu Southampton holen. Na, da müssen wir auf jeden Fall schauen. Torhüter werden wir dann einen neuen brauchen. Mokurena, Südafrikaner, zentrales Mittelfeld. Solide, nicht aufregend. Dann Adam Massina. Links hinten Marokkaner. Tom Holmes, sehr spannender Innenverteidigerersatz. Den würde ich wahrscheinlich dem älteren Innenverteidiger sogar noch vorziehen. Also körperlich auch richtig gut. 23 Jahre und Engländer. Wir dürfen auch nicht vergessen, der Brexit ist da. Dementsprechend müssen wir auf die Registrierung achten. Die müssen wir uns dann noch anschauen. So, Legende Mark Albrighton. War ewig bei Leicester. Mittlerweile seit 22 anscheinend bei Southampton. Zumindest in dem Safe. Und hat da 22 Mal gespielt. Ich habe ehrlich gesagt keine Live-Verwendung für ihn. Vertrag läuft im Sommer aus. Das wäre dann so einer, ich biete den gleich an, glaube ich. Brauchen wir einfach nicht mehr unbedingt. Dann Adam Armstrong. Links außen. Auch nach innen ziehend. Könnte aber auch Stürmer spielen. Ist auch wieder ein sehr schneller Spieler. Ist auf der Transferliste. Die beiden Glasgower Klubs sind dran an ihm. Könnte man ja verkaufen, um Zirk zu holen. Der würde mich schon sehr reizen. Rechts hinten Brasilianer. Caligari. Das ist natürlich super. Also der würde eigentlich den Liberamento rechts hinten, dieses Top-Talent 1 zu 1 ersetzen. Und wir müssten nicht mal wieder 9 holen. Also das ist sensationell. Dann haben wir hier Marcos Leonardo. Auch ein nach innen ziehender von links. Der würde mir aber als Stürmer fast besser gefallen. Super Abschlusswert. Körperlich bringt er zumindest eine Sprunghöhe von 12 zusammen. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Dann Jake Ducouré. Ja, hat noch Potenzial nach oben. Auch ein solider Spieler. Oh, erfahrener Keeper. Frazier Forster. Super Zielstrebigkeit. Persönlichkeit. Musterprofi. Technisch richtig stark. Vertrag läuft aus. 5 Millionen Gehalt. Ist mir persönlich viel zu viel. Also ich würde den dann auslaufen lassen. Für einen 35-Jährigen. Vor allem weil seine Grundfitness jetzt auch nicht die höchste ist. Aber könnte man als Ersatzkeeper auf jeden Fall noch lassen. Dann haben wir noch Nicola Koza. Ein Spieler, den man auch nicht unbedingt braucht. Den werden wir gleich anbieten. So, wen haben wir hier noch? Ein ungarischer Keeper. Auch auf der Transferliste. Auch ein bisschen unnötig. Gut. Jetzt würde ich sagen, schauen wir vielleicht noch kurz auf die Leihspieler. Und in die zweite Mannschaft. Und in die U23 und U18. U28 wollte ich gerade sagen. Sehr spannender Linksverteidiger, den wir da verliehen haben. Terry Small. Super schnell auf jeden Fall. Guter Dribbler. Gefällt mir schon mal ausgezeichnet. Und den Will Smallbone. Small Boner. Ja, also wenn wir ein 4-3-3 spielen, braucht man den nicht unbedingt, glaube ich. Könnte man vielleicht auch Geld mit dem machen. Schauen wir uns mal an. U23. Wie sieht es hier aus? Potenzial. Da gibt es einige, die viel Potenzial mit sich bringen. Hier haben wir zum Beispiel einen Innenverteidiger, der körperlich einfach sensationell ist. Aus Cameroon. Den kann man mal versuchen zu verleihen. Aber, so, ich biete den gleich an. Ich glaube, der muss jetzt echt mal Erfahrung sammeln. Dann haben wir hier ein paar junge Talente noch. Schaut in der U18 aus. Louis L. Sub. So, jetzt muss ich kurz die Faces reinladen, weil die habe ich nämlich schon, glaube ich, neu gemacht. So, aber ich glaube, der hat nämlich schon ein Gesicht bei mir. Ich habe da noch die Barca-Gesichter drin gehabt vom Barca-Spielstand. Muss ich ja jedes Mal neu laden und ich vergesse es ja immer und immer wieder. So. Auf jeden Fall ein sehr spannender Innenverteidiger. Mental und technisch schon richtig gut. Da hat es eher körperliche Probleme noch. Es ist halt die Frage, ob er die dann bewältigen kann, weil gerade für so eine körperlich starke Liga wie die Premier League, den würde ich fast auf die 6 umschulen. Ich glaube, das wird er nie so zusammenkriegen, dass er auf Premier League Niveau spielen kann. Aber auf der 6 dürfte der ganz gut passen. Zurückgezogener Spielmacher ist die Frage, weil er halt nicht der offensivstärkste ist. Ich finde, der würde Balleroband ganz gut passen, bringt nämlich auch einiges an Aggressivität mit. Ja, aber da ist jetzt keiner dabei, würde ich sagen, der wirklich den Sprung, Taipei chinesisch, sehr cool, der wirklich den Sprung bald mal schaffen könnte. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt mal auf die erste Mannschaft. Also, was wollen wir? Ich persönlich will auf jeden Fall kontern. Ich glaube, dass wir vorne genug Kreativität haben, um dynamisches Kontern zu machen. Und dann müssen wir einfach schauen, dass wir möglichst schnell umschalten. So, wir lassen das jetzt mal standardmäßig. 4-3-3 mit einem defensiven Mittelfeldspieler. Das schauen wir uns auch an. Dann gehen wir auf die Positionen. Santiago Mele, unser derzeitiger Stammkeeper. Boah, ich bin mir echt unsicher. Der kam erst im Sommer. Also, ich finde den echt nicht gut. Ich überlege gerade wirklich, ob ich einfach auf die Erfahrung setze, so Frazier Forster. Ich glaube, dass das im Abstiegskampf vielleicht die richtige Wahl ist. Der ist nicht der Schnellste. Also, ich würde den auf klassischer Keeper umstellen, weil wenn der raussprintet mit seiner Schnelligkeit 2, könnte das kritisch werden. So. Dann muss ich mal kurz schauen. Salisu hat man gesehen als Innenverteidiger. Der ist für mich kein Ballspielender. Also, ein klassischer. Zweiter Innenverteidiger, Jan Betnorek. Der ist auch kein Ballspielender. Dann haben wir... Wo ist er denn? Rechts, Tino Liveramento. Ich würde jetzt mal auf Flügelverteidiger verteidigen stellen. Ich möchte jetzt nicht, dass die super offensiv sind im Moment mal. Wichtig ist, dass wir defensiv solide sind. Kolasinac links. So. Dann auf die 6. Oriol Romeo. Der muss da hinten einfach die Position halten. Wenn wir ihm diese Rolle hier geben, CTE, dann hat er sensationelle Fähigkeiten dafür. Dann Watt Browse auf jeden Fall. Der ist, glaube ich, eh Rechtsfuß, oder? Jo. Box-to-Box-Spieler könnte er sein. Ist für mich, ehrlich gesagt, jetzt nicht schnell genug. Die Frage ist, ob wir dem diese vertikale Spielmacherrolle geben vielleicht. Er kann nicht gut dribbeln. Aber ich glaube, ich gebe sie ihm trotzdem, weil ich will, dass er so schnell wie möglich nach vorne spielt. Und dann brauchen wir noch einen zweiten zentralen Mittelfeldspieler hier, also einen zweiten Achter. Da ist die Frage, ob wir ihn hier nehmen. Tiborou Mukuehna vom Monaco gekommen. Oder nein, nicht Elionussi, wenn wollte ich, Ducuré. Der würde mir ganz gut gefallen. Ist nämlich auch defensiv solide. Offensiv wie defensiv stark. Der könnte sogar Box-to-Box spielen, meiner Meinung nach. So. Kann jetzt natürlich sein, dass sich da noch ein bisschen was ändert. Linksaußen würde ich jetzt im Moment mal den Elionussi nehmen. Und da ist die Frage, ob der Spielmacher sein soll oder Flügelspieler. Ich würde ihn mal als Flügelspieler nehmen. Rechtsaußen haben wir den... Wir waren so schnell da. Adam Armstrong ist genau das. Er hat Stürmer geplant. Sandro ebenso. War es der Everton. Nein. Der ist auch linksaußen geplant. Irgendjemanden gibt es da. Nathan Taylor, der war das. Rechtsaußen als Flügelspieler. Superschnell auf jeden Fall. Das heißt, der wird, oder der könnte einigen ordentliche Probleme verschaffen. Und dann brauchen wir vorne noch den Stürmer J. Adams. Und dann brauchen wir vorne noch den Stürmer J. Adams. Ich eigentlich nicht. Also wir sollten schon schauen, dass wir da recht schnell dann nach vorkommen. Und da müssen hin und wieder sicher lange Bälle herhalten. Dribbling nehme ich jetzt im Moment mal raus. Wir werden den Pass in die Tiefe anmachen, weil wir Spiele haben mit sehr hohem Tempo. Das ist alles okay. So und jetzt ist die Frage. Also das Tiefstehen hat eigentlich jetzt nicht ganz so viel gebracht. Muss ich sagen. Also ich würde es vielleicht so machen. Beides auf Standard. Und dann einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Also wir haben jetzt leider eh keine Zeit, dass wir irgendwie Testspiele machen. Das ist ein bisschen blöd. So, Tom Holmes ist ja genau der Innenverteidiger Ersatz. Dann haben wir den Caligari rechts hinten. Dann Adam Massina. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ob wir den behalten. Für den Moment passt es eigentlich. Der kann auch links vorne spielen, theoretisch. Dann haben wir den Mokwena fürs zentrale Mittelfeld. Albrighton eher nicht, würde ich mal sagen. Dann nehme ich den John Egan aber auch noch mit, weil wir haben gar nicht so viele Spieler da. Zwei Innenverteidiger, zwei Außenverteidiger, zentrales Mittelfeld. So und jetzt ist die Frage. Mag Albrighton? Ja, werden wir abgeben. Also was wir auf jeden Fall brauchen, ist jemanden fürs zentrale Mittelfeld. Da haben wir echt wenig. Dann nehmen wir mal den Leonardo mit, der ist schnell. Den Everton mit. Und den Sandro mit. So weit, so gut. Ich schaue jetzt mal kurz auf die Standardsituation an. Zeit haben wir noch ein bisschen. Okay. Also Ecken auf jeden Fall. Wort Browse. Freistöße auf jeden Fall. Wort Browse. Sensationell. Sensationell. Selten jemanden oder noch nie jemanden gesehen mit so guten Werten, glaube ich. Wer die restlichen Ecken schlägt, ist mir dann eigentlich ziemlich egal. Die restlichen Standards schützen sie nicht sonderlich gut. So. Wir werden unseren Stürmer, denke ich, zurückziehen. Wir werden den rechten Spieler, also rechts Mittelfeld vorne lassen. Die Großen werden den Fünferraum abdecken. Alle anderen ziehen sich einfach zurück. Das ist, glaube ich, okay. Hier lasse ich auch den Rechtsaußen vorne. Das ist der Flügelspieler. Also das ist der, der immer relativ schnell sein sollte. Den Rest lasse ich hier auch so eingestellt im Angriff. Sieht auch nicht so schlecht aus. Das ist wieder komisch. So. Im Angriff würde ich es jetzt im Moment mal so belassen. Einer soll über kurzem Pfosten, einer soll den Torwart bewachen. Machen wir auch hier. Soll der den Torwart bewachen, der über lange angreifen. Und der bleibt hinten, wenn notwendig. Das ist auch okay. Das schauen wir uns dann einfach an. So. Was haben wir noch? Genau. Mitarbeiter habe ich jetzt auch schon. Also Saisonziele, Versuch des Klassenerhalts. Fünfte Runde und vierte Runde. Mal schauen, wie weit wir da sind. Wir haben Viertelfinale League Cup Sheffield United. Und hier im FA Cup wissen wir den Gegner noch nicht. Gut. Ich habe dann noch ein paar Mitarbeiter gesucht, weil es momentan so ist, dass wir hier bei Weitem nicht ausgelastet sind. Torwart-Trainer sensationell. Der Rest eher weniger. Haben wir Physios auch gesucht. Noch nicht. Da können wir nämlich noch zwei Physios anstellen. Die Scouts sind auch nicht sonderlich gut, aber da werden wir dann halt am Ende des Jahres, wenn wir die Klasse erhalten können, umbauen. So ungefähr stelle ich es mir vor. Ich glaube, dass das alles Sinn macht. Wir gehen jetzt mal ins Training. Da müssen wir schauen, dass wir, ja, ich persönlich würde jetzt mal sagen, dass wir unseren Teamgeist ein bisschen erhöhen und soziales Engagement, dass wir halt jetzt einfach ein bisschen die Laune heben können bei den Jungs, aber Moral dürfte halbwegs okay sein, obwohl wir so schlecht dastehen. So, unter der Woche spielt niemand U23 und U18 gleichzeitig. Dann schauen wir jetzt mal kurz nochmal hier rein, wegen zentralen Mittelfeldspielern. Das ist einer der Top-Talente, Kamari Doyle. Nicht wirklich interessant, zumindest für den Moment noch nicht. Ich habe gerade nämlich überlegt, weil wir sind im zentralen Mittelfeld so schlecht aufgestellt, ob ich da wen hochziehe. Was ist mit dem hier? Auch nicht wirklich. Da müssen wir generell schauen. Da gibt es ein paar Kandidaten, die schon recht alt sind. Ex-McCafie-Tor heute auch noch. Also die hier würde ich eigentlich alle raus tun. Und auch den würde ich wegtun. Weil wenn er es mit 21 noch nicht geschafft hat bei uns, dann wird das wohl generell nicht mehr packen. Zumindest bei uns nicht. Ja. Den könnte man nach vorne ziehen. Aber der ist noch so weit entfernt von der ersten Mannschaft. Ja. Schaut es mit den Registrierungen aus. Ablösefrei verpflichtete Spieler können jederzeit registriert werden, aber maximal 25. Das ist natürlich bitter. Dementsprechend müssten wir wen streichen. Das können wir uns noch vielleicht eher leisten. Die Frage ist, gibt es im November noch irgendjemanden, der fußballerisch interessant ist und keinen Vertrag hat? Das glaube ich nämlich fast nicht. Ich würde es nur kurz reinschauen, eben gerade für das zentrale Mittelfeld. Samuel M.D.T. Gerade für das zentrale Mittelfeld könnte man noch wen brauchen. So, Österreicher. Grujic. Okay. Ohan Chokai F. Boah, ist das wirklich der Sohn von Yuri? Einer meiner Lieblingsspieler als Kind. Da haben wir Samuel M.D.T. Ich lade ihn mal ein zum Probetraining. Wäre lustig, wenn wir da einen bei Barca gescheiterten Spieler zu uns holen, aber kostet nichts den einzuladen. Der Rest ist, glaube ich, nicht wirklich spannend. Da haben wir einen zentralen Mittelfeldspieler. Sanelato. Könnte man noch einladen. Aber ich glaube, das wird eher nichts. Also ich glaube, wir werden eher mit dem Personal, das wir hier haben, arbeiten müssen. So, gibt es noch irgendjemanden, den wir von Bremen holen könnten? Vielleicht noch so ein kurzer Input. Bremen hat Klose geholt als Trainer, was eine ziemlich coole Geschichte ist. Finde ich total genial. Und sie sind momentan Zehnter. Das heißt, es läuft gut bei unserem Ex-Klub und das freut mich auch. Wir sehen, was hat sich geändert. Sie haben Alexander Schwolo im Tor verpflichtet. Sehr gute Verpflichtung. Haben 1,5 Millionen für ihn gezahlt. Also das ist richtig top. Das haben sie auf jeden Fall gut gemacht. Dann spielen die jetzt Viererkette, so wie es aussieht. Dann 4-2-3-1. Nawrotzki und Mai, die Stamm-Innen-Verteidigung. Klünter spielt auch noch links hinten. Abdou Conté. Auch das ein durchaus spannender Spieler. Für 2,2 geholt. Weiß jetzt nicht, ob der wirklich stärker ist als Jannes Horn. Würde ich jetzt mal bezweifeln. Aber natürlich die Ansache. Matteo Gendussi, den wir geholt haben. 3 Vorlagen bisher gemacht. Super Noten. Also der hat sich sicherlich ausgezahlt. Toller Marktwert auch. Dann Jean-Manuel Mbom. Das wäre auch durchaus einer, den ich mir im zentralen Mittelfeld vorstellen könnte bei uns. Ich tue den mal auf die Ausfallliste für 3 Monate. Dann Lugibakio haben sie verpflichtet, rechts außen. 5 Tore, 1 Assist. Also hat sich auch ausgezahlt. Also mit den Transfers hatten sie wirklich Glück. Benesch, 4 Vorlagen bisher. Macht sich ganz gut dieses Jahr. Der ist auch ganz interessant. Den haben sie von Juve geholt. Für 7,25 Millionen Sarawi. 1 Tor, 1 Assist. Sehr, sehr gutes Talent. Dann Zirkze. 14 bis 21 Millionen. Wäre schon einer, der mich reizen würde in der Premier League. Vor allem würde der auch dieses Körperliche mitbringen, was wir momentan als Sturmspitze nicht haben. Blockt man auf der Bank dann den Kämpf, haben sie noch Dylan Lewitt. Auch eine Neuverpflichtung. Guter Marktwert. Ist auch einer, den man durchaus scouten kann, weil der wäre ein, der würde nicht als Nicht-EU-Spieler zählen. Dann haben wir Adrian Kribic, den habe ich ja auch geholt, als Ersatz. Zwei Tore gemacht in den neun Spielen, ist glaube ich okay. Federico Navarro. Was wurde aus ihm? Okay, zwei Spiele, zwei Assists. Auf den wird nicht wirklich gesetzt, wie es aussieht. Batista Meier ist auch zurück. Neunmal eingewechselt worden. Dann Ehorsts. Wer ist da interessiert? Paderborn. Einmal eingewechselt worden, da hat er gleich getroffen. Daniel Caligiuri haben die geholt. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also vor allem wegen dem Körperlichen. Ich mag Caligiuri sehr gern. Versteht mich nicht falsch. Die haben sogar Ablöse gezahlt. 775.000. Also 1,2 Millionen Gehalt. Schon brutal. Dann René Svete. Wie schaut es aus beim René? Einmal eingewechselt worden. Okay. Der FC Basel ist interessiert. Lieber René, hast du Bock auf Basel oder hast du Bock auf Southampton? Müssten wir fast mitnehmen. Dann Pereira verletzt. Bis zu zwei Wochen. Erasmussen. Der hat noch immer nicht debütiert. Mittlerweile auch nicht benötigt. Antonio Mojano. Okay. Und Dux sitzt auf der Tribüne. Na klar, ich meine jetzt sind sie natürlich ein bisschen überbesetzt im Sturm. Weil sie da das System gewechselt haben. Na gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal ein bisschen weiter. So, da gibt es gleich mal viel zu tun. Derzeit unzufriedene Spieler. Forster und McCarthy wollen eine neue Herausforderung. Ja gerne. Sind auch einige dran. Kapitän. Also Ward Prowse natürlich. Romeo ist aktueller Vizekapitän. Holmes wäre natürlich interessant. Wird aber nicht Stamm spielen. Batnarek wäre interessant. Das mache ich jetzt glaube ich. So. Den können wir gehen lassen. Ich würde da mal alles annehmen. Dann Ryan Finnegan. Schaut auch gut aus. Das können wir auch annehmen. Also ne. Akzeptieren wir einfach. Das sind jetzt die Spieler, die ich in der zweiten Mannschaft habe, wo ich gemeint habe, aus denen wird eher nichts mehr. Genau so wie der McCarthy, der scheinbar eben aussortiert wurde. Da ist Liverpool und Manchester United dran. Was ist denn da los? Eieiei. Da würden wir uns 300.000 Gehalt sparen. Äh, 3 Millionen Gehalt. Aber sensationelle Werte eigentlich. Aber. Ich glaube das ziehen wir jetzt durch. Mordliches Mitarbeiter treffen. Das sollen sie mir per Post schicken. weiter, 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 weiter. Fehlender Co-Trainer. Ich sollte da wieder Angelotti nehmen. Boah. Von mir aus gerne. Der will halt auch was. Ordentlich viel Geld. 900.000. Aber das ist ein guter Tipp. Vielen Dank dafür. Wir haben hier Ben Roberts. Torwart-Trainer. Der Torwart. Im Bereich Torwart sind wir sehr gut aufgestellt. Wir werden die restlichen Mitarbeiter checken, sobald die Bewerbungen reinkommen. Sensationeller Athletik-Trainer. Gut, den können wir auch gleich nehmen, glaube ich. Weil im Bereich Athletik waren wir jetzt auch nicht so gut. So, ich gehe jetzt mal weiter, weil wir haben ja eh schon ausgeschickt, dass wir ein bisschen was reinbekommen an Bewerbungen. Jo. Boah, ich bin so gespannt. MDIT wird zur Probe trainieren. Sanelato wird zur Probe trainieren. Wir können auch noch so ein bisschen schauen, was es an Spielern gäbe, die vielleicht interessant wären für uns. Dann in der Winterpause. Dann Sphere-Status und Spieler, die auch Interesse haben, zu uns zu kommen. So. Oliver Skip, Engländer. Da sehen wir halt, der dann marktet von 69 Millionen. Das wäre natürlich sensationell. Also der ist der Wahnsinn. Aber dann können wir uns halt sonst niemanden mehr holen. Aber der gemeinsam mit What Brows im Zentrum wäre schon ziemlich geil. Will Use haben wir da noch. Der könnte durchaus auch links im zentralen Mittelfeld spielen bei uns. Lucas Torreira, der hat diesen Settled-Status. Bis 1.1.24, also nicht mehr lang der Settled-Status. Der ist quasi diese Ausnahmeregelung für die Spieler, die schon vor dem Brexit, vor dem Inkrafttreten des Brexit in England waren, glaube ich. So, er ist natürlich auch sehr spannend, Luke Eiling. Aber da sind wir gut aufgestellt, rechts hinten. Torhüter sehe ich da auf den ersten Blick keinen. Wichtig ist auf jeden Fall mal das zentrale Mittelfeld. Bakayoko von Chelsea. Der würde halt für unser Niveau auch ganz gut passen. Aber am meisten Kopfzerbrechen bereitet mir auf jeden Fall die Torwart-Position. Da haben wir eine Torhüter von Leicester. Daniel Iverson hat bisher noch nicht gespielt für Leicester. Den werden wir mal vollscouten. Das wird auf jeden Fall schwierig. Also wir haben 1.000 Spieler auf der Transferliste, die Interesse haben, zu uns zu kommen. Jetzt gehen wir noch auf die Torwart-Position, weil vielleicht ist da noch jemand dabei, bei dem der Vertrag ausläuft und der deswegen niedrigen Marktort hat, aber schaut nicht so aus, als wäre da irgendwas Interessantes dabei. Renes Wette. Der wäre natürlich schon was. Markus Schubert. Also das wird, glaube ich, nicht so wirklich spannend sein. Gehen wir mal auf Torhüter, die Lust hätten, zu uns zu kommen, die nicht auf der Transferliste stehen. Joe Griffiths, zum Beispiel ein junger Keeper von West Brom. Kann man sich auch anschauen. Dann Sam Johnston, 30 Jahre alt. Er ist bei Sheffield United. Auch ein durchaus interessanter Keeper. Saint-Étienne, Étienne Green. Étienne Green. Das ist ja lustig, dass bei Saint-Étienne ein Étienne ist. Engländer und Franzose. Werte sehen ganz gut aus. Alter ist auch nicht schlecht. Ich habe zwar lieber ein bisschen einen älteren Keeper, aber... Hauptsache Engländer. Angus Gunn hätten wir da noch. Den finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Ist halt der Satzkeeper bei Norwich. Die Frage, ob der dann für uns stark genug ist. Schauen wir uns mal die Registrierungsregeln an. Damit wir mal sehen, wie das hinhaut mit den Nicht-EU-Spielern. Spieler, die nicht aus der EU sind, müssen quasi sich um eine Arbeitserlaubnis bewerben. Ausländische Spieler, die bereits im Vereinigte Königreich... Spielen sind von diesen Einschränkungen erst betroffen, wenn sie einen neuen Vertrag unterschreiben. Auch nach dem Austritt werden Spieler aus Irland für Länder, die die Europäische Union verlassen, nicht als ausländischer Spieler eingestuft. So, also es zählen als Nationen Großbritannien und Irland alle Mitgliedsländer und von Overseas Territories Act. Das ist das hier. Okay, da sind ein paar kleine Inseln und Gibraltar zum Beispiel. Die zählen dann auch nicht als Ausländer. So, und jetzt ist die Frage, was musst du tun, um jemanden zu registrieren, der jetzt Ausländer ist? Also es gibt ein Punktesystem. Länderspiele, bei ausreichenden Einsätzen für eine Top-Nation ist das automatisch erfolgreich. Ligaspiele, Punkte abhängig von der Liga-Reputation. Das heißt also, wenn wir da jemanden aus Spanien oder Deutschland holen, dann wahrscheinlich nicht so krass. Internationale Vereinsspiele. Liga-Position ist das Vereins-Reputation der Liga. Okay. Das heißt also, kurz gesagt, wir können es mit jedem versuchen. Es kann halt sein, dass es daneben geht. Ja. Und wir dürfen eben nur maximal 25 Spieler registrieren. Das heißt, der Kader ist dann relativ klein. Mit jungen Spielern dazu dann noch natürlich, aber das ist nicht optimal. Strafenkatalog, der passt. Den lassen wir mal so. Und jetzt sollen wir uns dem Kader vorstellen. Unterstützung für den Trainer sehr schlecht. Ja, weil wir halt noch ein sehr junger, unerfahrener Trainer sind. So, ich würde mich vorstellen. Keine Versprechen im Moment mal. Ich rechne uns gute Chancen aus, in der Saison die Klasse zu halten. Ja. Viel weniger kann ich nicht sagen. Okay. Das heißt, wir arbeiten jetzt so hart wie möglich. FA Cup alles aus uns rausholen. Ja. Passt. Damit ist es trotzdem noch positiv ausgegangen. Das heißt, wir müssen jetzt einfach alles tun. Es wird jetzt auf jeden Fall ein Jahr Premier League für uns. Im Idealfall. Im Idealfall natürlich auch erfolgreich. Wir gehen zur Pressekonferenz. Was bedeutet es für Sie, diese Möglichkeit zu bekommen? Ich bin total begeistert. Haben Sie das Gefühl, dass die Erwartungen fair und realistisch sind? Das war es zum Beispiel bei Werder nämlich nicht. Ich bin sehr glücklich mit dem Weg, den wir eingeschlagen haben. Gehaltsbudget zu klein. Ich spreche jetzt keine Finanzsituationen. Hasnüttel war ein Liebling bei den Fans. Das ist eben das, was mich stört. Da steht jetzt, dass ich zurückgetreten bin. Und eigentlich stimmt das nicht. Aber gut. Hauptkonzentration liegt auf der Liga. Kannst kaum erwarten, das erste Spiel zu machen. Mitarbeiterstab der alten Kollegen. Da schaue ich noch. Denken Sie, dass der Kader genug Qualität hat? Ich habe ein gewisses Grundvertrauen. Stimmung ist gut. Was wissen Sie über die Fans des FCS auf Händen? Ja, nicht viel. Ich rede hier hauptsächlich positiv hier. So, jetzt wird es schon langsam lang. Ich werde an der Arbeit von Ralf nur Kleinigkeiten verändern. So, jetzt haben wir es geschafft. Vor Ehrfurcht der Staat. Thomas Valley. Ja, das verstehe ich. Gut. Sauspielvorbereitung. Einführung in Scouting brauche ich keine. Mal kurz schauen, ob das Matt Crocker, ein Sportdirektor, mit dem wir hier zusammenarbeiten. Ich checke noch mal kurz die Aufgaben. Nicht, dass da irgendwie... Ne. Habe ich die Oberhand ausgezeichnet. Massina verletzt. Ein bis zwei Tage. Zum Glück nichts Tragisches. Salisou verletzt. Eieiei, drei bis vier Wochen. Fehlende Arbeitserlaubnis für Bruno Dominici. Oder generell unsere beiden neuen Mitarbeiterbewerbungen bei Napoleoner Erfolgs. Da habe ich mich auch noch beworben. Stimmt. Ich habe mich sogar bei Manchester City beworben, was ich ganz lustig gefunden habe. Habe irgendwie natürlich keine Chance gehabt. Nicht mal eingeladen worden. So. Pressekonferenz im Vorfeld des Spiels beginnt. Das will ich eigentlich nicht. Das wird delegiert. Das muss ich noch kurz checken. Medien. Da gebe ich alles ab. Habe ich keinen Bock. Gut. Ich würde sagen, wir werden jetzt noch die Aufstellung machen. Und dann schauen wir weiter. Forster ist aufgestellt. Die Leute, die auf der Tribüne sind, kann ich gerne fit machen. Die auf der Bank momentan mal nicht. So. Talent des Monats. Tino Liebermanter auf der 2. Ich bin so gespannt, was ihr alles in die Kommentare schreiben werdet. Ich hoffe, die... Nein. Innenverteidiger Nummer 2 verletzt. Ja, Alter. Beide Innenverteidiger fallen verletzt aus für das erste Ligaspiel von uns. Das wird spannend. Der geht jetzt mal. Die benötigen Arbeitserlaubnis ab 1.1. Die werden wahrscheinlich eingebürgert. Ramsey bestätigt Wechsel zu Montpellier. Damit kriegen wir auch wieder einen Spieler weg. Ihr Leute, was macht man jetzt? Beide Innenverteidiger verletzt. Also Holmes, mit dem habe ich ehrlich gesagt jetzt kein schlechtes Gefühl. Ich finde, der ist ein sehr gutes Talent. Die Frage ist, ob ich mit John Egan... Der ist eigentlich auch echt in Ordnung. Ich glaube, wir werden mit den beiden spielen müssen, mehr oder weniger. Dann werden wir den Nikolaus Koza mitnehmen. Den Mark Albrighten aufgrund seiner Erfahrung auch. Massina kann theoretisch auch Innenverteidiger spielen. Also so müssen wir dann irgendwie... Ja, notgedrungen dadurch. Ich bin mal gespannt. Liebe Freunde, ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, mit euch gemeinsam in der Premier League zu trainieren. Ich glaube, es wird sehr schön. Schauen wir, wie das Jahr so laufen wird. Es wird nicht viel von uns erwartet. Wir werden alles reinstecken, um irgendwie den Klasse zu halten. Auch wenn es schwierig wird. Und ja, falls wir es nicht schaffen sollten, dann werden wir halt weiterschauen. Aber dann haben wir zumindest ein Jahr Premier League trainiert. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis bald. Danke. Ciao. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020